hallo und herzlich willkommen meine freunde zurück bei let's play out last wirst der blauer mit der nikki freut sich gierig darauf ja jetzt spielen zu dürfen im außenbereich natürlich hat sich so sehr gefreut wieder und jetzt darfst du da geht es rein okay wir müssen nämlich jetzt in den verwaltungsblock ich war bloß gucken dass sie da runter springen und dann ist es wie gleich wieder eine von hinten an gut komische tür da geht es nicht rein nein aber die war auf okay hier gibt es was springt sicher was ans fenster auch nicht kommst du da rein du kannst schon reingucken oder da ist auf jeden fall eine notiz drin warte ich wollte bloß hier gucken so links kommt links ist zu da kommt keiner rein da ist eine batterie war drauf da war mies warte ich wollte bloß hier gucken so links kommt links ist zu da kommt keiner rein da ist eine batterie war drauf der bräutigam über den knien unter dem nabel auf gluss kindstisch mit messer und nadel zum hineinstoßen wird er was brauchen also baut der bräutigam sich ein frauch frauch hier über den knie unter den nabel auf gluss kindstisch mit messer und nadel zum hineinstoßen wird er was brauchen also baut der bräutigam sich ein frauch hier das ist immer dasselbe ein schönes gedicht muss man sagen gut gut schön wer schreibt das so oft haben wir da eigentlich irgendwas neues nee das war doch was ich vor vorgelehen habe also müssen wir das weg schieben können wir da durch wie war das hier und dann laufen das kommt ja mal rein hallo ah ja das ist die tür wo nicht auf ging oh jetzt lachstum ich muss da hinten die geräusche es wäre so hier atmosphäre ach da geht's ja warte ich muss halt mal kurz dein lieblings außenbereich mit nebeln wieder nee nicht im ernst oder ich werde das licht ausmachen das brauchst du ja nicht ist doch alles da musst du nachher durch ok hier geht es nicht durch da sind viele fliegen extrem viele fliegen ach da ist abwasserkanal und so das abwasserkanal ist immer gut oh nee kommt gleich sicher jemand der dich jagt da drüben ist der brunnen wenn du gerade ausgehst mit blut also kommen wir nicht rein wir müssen das ausschalten ok boah ich trau mich gar nicht weiterlaufen hey würde am liebsten umdrehen und ausmachen hä ist das jetzt da offen weil da wahrscheinlich einer aufgemacht hat der kreis hier hallo meine lieben mitbürger hallo meine lieben mitbürger Zu? Okay. Das ist nichts. Ein Dokument. Wenigstens etwas. Hallo? Ich habe es genau gesehen. Da kann ich eh nicht rein. Da steht er immer noch. Oder läuft immer noch. Lies doch erstmal. Okay. Töte uns! Töte uns! Brenn das Gebäude näher. Schlimmer ist der Tod hier. Töte uns! Töte uns! Wow! Der hat sich richtig Mühe gegeben. Feines Gedicht. Oh! Töte uns! Töte uns! Okay. Dass wir da vielleicht irgendwas dahin machen müssen am Strom. Oh! Da vorne. Sicher. Da geht auch nichts. Da kann ich nicht. Ist nichts. Okay. Ich würde es gerne mal anfassen. Passt doch an. Dann weißt du was passiert. Nix. 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 Es kann nur da hin wo es jetzt aufgegangen ist. Aber da sind wir da vorne hin gekommen. Ne. Das ist der Zwischenraum. Ach du Scheiße. Du siehst halt absolut nichts. What the fuck. Was war denn das für ein ekel? Batterie! Lass mich anruhen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Müssen wir da hochkrabbeln? Nein. Da lang nicht. Rechts. Da lang. Komm raus. Da lang! Da lang! Das ist mir zu lang schon zu ruhig gewesen irgendwie. Hallo. Ich freue mich so drauf. Hoppla. Da ist Zug. Da unten lang. Oh ich will nicht nach unten. In den Keller. Ich war schon mal kellerkind. Ich hab mein... Du brauchst die Licht aus. Oh. Dings. Irgendwie. Das ist doch schöne Atmosphäre. So eine Atmosphäre ist doch schön. Ich hab schrecklich gefunden. Ich hab schrecklich gefunden. Haha. 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 Ich hab wahrscheinlich den hinten irgendwie umgebracht oder so. Macht der das grad wirklich? Ja. Hallo. Ist ja eigentlich prima. Okay. Okay. Am Ende kriegt man noch einen Strike von YouTube. Uah. Uah. Da muss wahrscheinlich auch mal der Strom ausgehen, ne? Ja. Ich muss den Schrank verstecken wahrscheinlich. Sogar bis hier einer kommt. Aber klar. Ich warte. Jetzt kommt er. Also. Der eine, der sich da mit den... Dings begnügt. Ach was. Kannst du da durch, wo es... ...elektrostatisch... Sicher kommt da jetzt jemand raus. Der wird angestellt. Der wird angestellt. Au. What the fuck? Weil der eine Typ da oben drüber rennt. Muss dich beeilen wahrscheinlich. Soll ich doch das Ding ausgemacht, da ist da oben einer gerannt. Ja. Und der macht das wieder an. Also muss dich da beeilen. Oh Gott. Sowas gleich. Was ist da vorne noch was bevor du anwasch? Nein. So heiß. Aus. Zurück rennen. Das fuhren. Oh. Oh. Der war gemein. Ich hab mir gerade vor meinem Fuß angeschlagen. Aua. 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 Ich schicke nur wegen dir. Wie geht´s die andere. Weg schnell, ich bin 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 schnell. Und jetzt? Ist er weg. Hallo, auf! Ja, da läuft er einfach von... AHHHHH! Ist er nicht weg. Fertig? Nein, nix fertig. Welche... Wo muss ich hin? Ja, guck halt wo. Alter! Billy! Billy! Billy will wissen! Billy will wissen! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Du musst da lang! Aber da ist Billy! Ich muss aber eh vorbeilaufen. Ich wusste, dass es geht. Jetzt kommt gleich wieder was von der Seite oder da steht einer. Oder vor der Tür! Boah! Billy will wissen! Billy will wissen! Wenn du rennst, da kriegst du ihn hoch! Schneller! Ich trau drüber nicht mehr! Was ist da? Nix! Zu! Ah ok! Will nix sehen! Da vorne? Guck mal links! Wo ist es immer so hoch rum? Rechts! Guck mal rechts! Du hast gesagt links! Da genau da bin ich! Einfach nur da gucken! Ach ok! Wo ist es so schnell rum? Ja, dann muss ich da runter! Ich muss jetzt schwimmen! Gesehen, ob wir irgendwas bekommen! Nein! Oh, wenn jetzt das aus dem Wasser kommt! Ich geh nie wieder schwimmen, Alter! Es musste... Es musste nicht mehr hoch! Alter! Amnesia! Weißt du was ich meine? Schnell aus dem Wasser! Ich denke mal, dass hier weiter geht! Alter! Wenn doch nicht immer so gleich weg! Wird es noch schlimmer! Die Leute tun mir so leid, die das angucken! Ich tue mir auch leid! Oh! Mein Hals tut schon wie von dem ganzen gekreischet! Oh mein Gott! Oh, ich zitter voll! Ich kann später die Maus nicht anfassen, die ich klatschen nass. Ja, da rutsch ich weg. Hallo? Was machen wir da oben? Das ist doch nicht der Verwaltungsblock. Es gibt immer Umwege, immer Umwege. Oh mein Gott! Hallo, willkommen, jemand zuhause. Solange wir nicht zurückgeportet werden. Haha, feedback haunted. Okay, der geht hoch. Oh, oben. Genau. WTF? Der ist von alleine gelaufen. WTF? Warum macht der das? Au. Mann, 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 Mann. Beherrichtung? Ich glaube egal. Kommt bestimmt irgendwas durchs Glas, Alter. Ja, der muss nämlich raus. Hallo? Links oder rechts? Ja, einfach rausgehen. Guck mal. Speichert. Echt jetzt? Ich sehe das nicht, dass das Mikrofon umgeht. Ich hoffe, ich meine Stopse wegziehen. Mount Massive. Da sieht man das Gebäude. Alter. Du musst da rüberspringen. Das schaffe ich nicht mehr als ich, der Jump'n'Run. Oh, oh. Da fängt mich nicht mehr als ich. Der Balken bricht. Oh, oh! Nein! Ich bin hier irgendwo drin. Ich kann mich grad so weit. Das tut doch weh. Wo ist die Kamera? Die ist weg, die muss man wahrscheinlich wieder einsammeln. Ah ne, da schon. Eine Frau? Da ist einer. Huh! Ich wollte da nicht rein! Ah! Haben die im Raum noch was drin? Die sehen zuerst mal Frauen hier. Was ist denn? Legen sie an die Tür. Solange die nicht nackig sind. Ach, wenn sie nach was aussehen, hat keiner was dagegen, glaube ich. Ja, aber wenn die auch so verstümmelt sind wie die Männer, die haben ja leider mal mehr Geschlechtsorgane und so. Ah, der eine kommt doch aus Spock sehen. Stimmt, wie hat er denn das eigentlich angestellt? Angeschafft wollte ich grad sagen. Erstmal hier. Da ist noch ein Eck. Ach du Scheiße. Ich will hinter dir gucken und das ist da wahrscheinlich der Weg. Ach so? Meinsch? Ja. Ich hab das Ding an. Okay, da geht auch nichts. Okay, dann ist das der Weg. Jump'n'Run. Oh bitte netter. Ich mag das doch gut hin. Jump'n'Run? Wenn ich da hängen bleib irgendwo, ey. Da ist ne Tür. Ah, das ist die, wo du vorher nicht rein konntest. Ach da. Warte. Da. Ah, das ist jetzt die Doku? Ne. Das ist die Idee. Alter, was für Wege da laufen muss. Da vorne. Da darfst du nicht. Nein. Ah, ist das. Da wird's einfach mal so. Wie so. Gerade nur den hinterher. Oder dem. Oder der. Oder was auch immer das ist. Oh Gott. Oh Gott. Das wird bestimmt gleich reichend. Wie? Oh, ist die Idee wahrscheinlich. Ich häng grad irgendwie so. Ah. Oh je. Oh je. Wir haben ja so viel. Ein Geschenk für den Bräutigam. Fuck. Wie die uns heiraten. Hau auf damit. Ich mag das nicht. Rechts. Da hinten in der Ecke rechts. Ist ne Batterie. So oder? Ja. Farsch mich nicht. Sag voll so aus von drüben. Aber Hauptsache hier. Ja. Mineralwasser auf dem Boden. Blaue Flaschen. Da ist ein Versteck. Ich würd gern anders rum. Hallo. Ey chill mal. Ja. Wie ein Walrus. Wie ein Walrus. Es ist. Weiße Männer. Wie da drinnen. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer rein gerate. Je mehr ich versuche rauszukommen. Rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Ja. Die sind weise Männer. Und dann machen wir hier aber auch einen Break oder? Oh ja. Gott sei Dank. Ah. Ich werd selber langsam schon wahnsinnig sagen. Sie ist wahnsinnig. Aber das muss keiner wissen. Ich würde sagen. Bewertet den Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschau tschau. 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 Tschau.